Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Maxify und ich machen heute zusammen die ultimative Challenge. Und zwar dürfen wir nur eine einzige Kiste looten. Aber nicht irgendeine, sondern die mythische Jeno-Kiste, die wir finden werden. Diese Kiste hat wahrscheinlich jeder von euch schon einmal geöffnet. Und mit ein bisschen Glück war ein Hammer drin. Aber da können auch richtig geile andere Dinge drin sein. Maxify darf eine öffnen, ich darf eine öffnen. Und damit werden wir versuchen, einen epischen Sieg zu holen. Ich sag euch, das Ganze ist nicht ganz so einfach. Deswegen lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Das wird ein bisschen unterstützen. Und tragt meinen Crater-Code Wannabe im Itemshop ein. Meinst du, es gibt zwei Kisten an diesem Ort, wo wir gerade hinfliegen? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, am Ende ist nur eine Kiste. Cool. Und ich laufe einfach mit Peck-Eggs rum. Das kann passieren. Ich habe nicht mal einen Plan, wo die sein könnten. Also mit ein bisschen Glück ist da drin zum Beispiel eine. Würdest du ja einfach eine Waffe nehmen, um mich zu beschützen kurz? Ja, ja, das darfst du. Weil sonst ist halt echt mies so. Ja, ja. Aber ich gehe direkt zur Kiste und ich versuche es mal. Ist die da? Ja, natürlich ist die nicht da. Ich kenne doch mein Glück. Go, Dad. 4 HP. Oh Gott, hier vorne gibt es noch einen Ort. Wie sieht es aus? Kiste. Okay, das fängt richtig an. Oh mein Gott, ich bin so viel besser als die. Ja, vorhin hast du zwei Kills und... Ah, jawohl, es haut mich! Nein! Ich ziehe mich zurück. Ja. Es läuft alles schief gerade. Gibt es nichts bei dir was? Nee. Normalerweise gibt es drei Orte so. Und hier war nichts. Wo ist meine Markierung? Siehst du das? Bei mir ist sie unter der Erde. Ja, ist sie wirklich, lol. Hä? Fortnite. Fortnite? Was stimmt denn hier nicht? Gibt es seit so vielen Jahren und immer noch so viele Bugs. Komm schon, lass diese Kiste jetzt da sein. Sie ist da. Echt? Jetzt musst du auch noch eine finden. Okay, ich habe nur keinen Plan, wo die ist. Du musst mich hinbringen. Bitte mit geilem Loot. Komm schon. Und? Oh mein Gott. Gar nicht so geil, wie ich gedacht habe. Okay, äh. Du weißt ja, wo die sind ungefähr, oder? Ja, ja. Unten ist auf jeden Fall eine. Oh, fast gestoppen. Das ist voll heftig hier, ne? Ja, ja. Oha, ich auch. Leben am Limit. Ist die da unten links vielleicht? Ja, unten links ist einer da. Hä, warte. Wo ist sie runter springen? Äh, du kannst dich runter bauen, ja. Ohne mit. Ey, der Boss sieht mich. Ja, guck ihn nicht an. Dann guckt er dich auch nicht an. Echt denn? Nein, keine Ahnung. Okay, warte, ich drofe kurz meine Waffe. Ja. Ich loote schnell die Kiste. Hoffentlich hast du bessere Sachen drin. Du hast einen Hammer gefunden. Ja. Oh! Oh mein Gott. Äh, vielleicht sollten wir ihn... Ja, okay. Ich hoffe, ich habe genug Munition für den. Ja, ich kann dich auch mit einem Hammer hauen. Oh, man wird's betont. Alter, der macht seinen eigenen Palast kaputt. Ja. Das kann nicht wahr sein. Ey, das ist beide kaputt gemacht. Ja, mit einem Schuss. Er ist der Heftigste. Keine Kiste, Bro. Komm, bitte. Bei mir ist eine. Und der Boss ist auch bei mir. Und die Kiste ist so medium, würde ich sagen. Aber ich habe Hammer gefunden. Ja, nicht sterben, okay? Es wird besser. Meinst du, unten ist vielleicht eine für dich? Nee, sieht nicht so gut aus. Warte mal, ist das voll dumm, das zu machen, oder nicht? Was denn? Hier ist ein Gegner. Oh, oh. Okay, ich wurde gewonnen. Alles klar. Ich will ganz kurz herausfinden, wo die dritte Kiste ist. Nimm einfach irgendeine andere Waffe. Du kannst die killen. Ja, sehr gut. Dann kannst du meine Waffe wiederholen. Das ist deine Waffe, meine Waffe jetzt. Hier? Links. Ja. Okay, ich verstehe. Ich weiß nicht mehr. Was sind denn das für Gegner? Ich habe eine. Bitte, was ist drin? Hast du eine Kiste? Ja, ja. Was ist drin? Und? Nee, das... Wobei geht? Ich habe ihn. Ey, da heißt sogar Superhero. Ich habe auch eine Kiste. Ah, toll. Großwitte. Mega shit. Ich nehme mal den Boss ein bisschen, ne? Ja, viel Ärger ihn für eben. Das hast du davon. Leg dich nicht mit uns an. Ja. Boah, der Kind noch nicht mehr Gesicht geschossen. Ja, läuft. Oh, oh. Nein, was machst du? Ich bin aus der Untergefallen. Harte, gibt es schädt. Ja. Gib mir Rückendeckung. Oh Gott. Wo bist du? Ich bin hier. Mal, wir greifen ihn zusammen. Das ist die Rache. Das ist echt so. Ja, der Sand, wo du da hinweserder drin ist. Ist der abgehauen? Ist nach oben gelaufen? Was ist da drin? Ähm, ja. Ja, sieht schon aus. Ja, ich bin ja schlecht. Ja, voll kacke. Wir nehmen trotzdem dieses eine Teil mit. Brenne! Du Sackgesicht! Verbrenn ihn! Beleidigt ihn! Okay, der wird jetzt echt sterben. Das reicht mir aber mit dir. Man schießt gleich weg. Ja. Ich muss alles nachladen. Ne, doch nicht. Let's go! Der zeitlose Champion ist weg. Finally! Wir können Motorrad benutzen, endlich. So lange wollte ich das. Aber in Arena konnten wir das ja nicht. Weil da gab es keine Motorräder. Warum auch immer. Hast du schon mal auf dem Motorrad? Äh, ne echt oder hier? Oh, Lama! Ich habe es auch gesehen. Ich glaube das nicht. Lamy, komm her. Du Verbrecher. Ah, shit! Ich falle runter! Ich stehe hier noch. Warte, ich komm hoch. Hä, wie hast du das denn gemacht? Wir haben rückwärts zurückgefahren. Schau auf, wir gehen rein. Ja. Gute Idee. Warte mal, ich habe Nahkampf, du hast Fernkampf, ne? Ja, ist egal. Oder vorne. Ich treffe einfach gar nichts. Vielleicht ist meine Waffe auch leer. 117. Er ist so low. Und ich habe so viele Schuss. Wo ist der? Okay, ich habe ihn. Aber ich bin sehr low. Muss kurz heilen. Das sind sehr viele Leute, ne? Die schießen von allen Seiten auf eins. Warum hassen die Gegner uns immer so? Ich kann nicht so weit schießen. Das ist wirklich schlecht. Da kommt einer. Das ist für dich. Du schaffst es. 120. Ich hänge drin. Nein, der ist low, der ist low, der ist low. Haut der ab? Ne. Danke, Maxi. Das war wichtig und richtig. Ja. Endlich war es andersrum. Ich habe jetzt nur diese eine Schroffinze. Mir fühlt sich das an, wenn man so alle fast killt und dann stirbt. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, der hat einen Hammer für dich gehabt, oder? Nee, hat der nicht. Schade. Und die Sniper hast du auch nicht. Ja, cool. Irgendwie drauf, das ist ein Hammer. Der ist ein Hammer für dich. Ey, da vorne ist einer. Sippt rein. Da ist einer. Schnappen wir uns. Wir haben Hammer. Auf geht es. Boah, ich bin so gut getroffen. Er ist so One-Shot. Let's go. 96er-Headshot. Jau. War der wirklich One-Shot diesmal? Ich habe mich schrumpfen in 96er-Headshot gemacht. Also, I don't know. Ja, gut. Aber es war halt ein Schuss, ne? Du bist der Gute von uns. Ich versuche, der Unterhaltsame zu sein. Ich versuche, uns einfach nur einen Wind zu holen. Ihr landet neben mir. Eine Banane. Eine aggressive Banane. Ich komme zu dir. Ich sehe nichts. Meiner hat es für komisch. Oh, shit. Ich bin gleich dead. Wir sind beide versucht. Hau einfach ab, wenn du kannst. Ich habe hier mega die Probleme gerade. Oh nein, ich bin zu dir geflogen. Oh Gott. Oh nein. Warum die? Ich bin weggeflogen von ihm, aber in der Luft. Okay. Risiko ab. Nein, nein, nein. Bau, 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 bau. Wo kommt der denn angeflogen? Der kam richtig reingeslidet in deine DMs, Alter. Ja. Ah ja, das war es dann mit mir, ne? Ja, ich versuche es fortzunehmen. Kannst du nochmal wieder Gold werden? Äh, ich gucke. Ah, okay, ich gehe gar nicht. Alter! Der ganze Server geht auf uns. Keiner will, dass wir gewinnen. Ja, okay, der kommt auch schon wieder. Das war echt kurz weg, irgendwie. Ich nehme so viel und die gehen alle auf dich, ne? Ich verstehe es aber nicht. Der baut... Das ist geil, Bais. Kommt, mit Hammer schlagen wir, ne? Digga, bitte. Hör doch auf. Ja. Alter, ich schwitze um ihr Leben, Alter. Keine Chance, Alter. Keine Chance. Okay, Leute, wir geben nicht auf. Wir probieren das Ganze nochmal solo. Ist die Kiste da? Nein, sie ist nicht da. Ich sage euch, ich kenne jeden Standort mittlerweile auswendig. Ich kenne hier jede Kiste. Ich kenne sogar jeden Baum hier. Das hier ist Uwe und der daneben ist einfach Udo. Ist die Kiste unten da? Let's go. Oh, die ist schon mal da. Aber hier gibt es noch eine zweite Kiste. Wir müssen uns jetzt gleich entscheiden. Hoffentlich ist die da. Und die ist da. Let's go. Soll ich die nehmen oder die andere? Wir nehmen die hier. Gib uns was Geiles und... Oha. Die ist wirklich gut. Das könnte einer der besten ever sein. Wir haben einfach eine Pumpgun und eine Sniper AR. Das könnte auf jeden Fall schlechter sein. Und damit es spannender wird, machen wir eine kleine Compilation jetzt. Passt auf. Das sollte ein Schnipser sein. Ab, die in deine Birne und... Uh. Was geht denn hier? Ja, lol. Wir fighten einfach Bots gegeneinander. Äh, ich will dich stören. Alles klar. Es ist einfach der Schwarze Ritter. Okay, er kam und er ging wieder. Deine Mission? Ach warte mal, interessiert mich ja gar nicht mehr. Und weg mit dir. Simsalabim? Er ist tot. Uh. Er geht auf in den Piñata. Er hatte gar keine Chance. Oh Gott, mein Bot fightet gegen jemanden. Ich dachte, es wäre eine kluge Idee, sich einen Bot zu holen. Damit es 2 gegen 2 ist. Töte ihn. Los. Hä? Der kämpft echt gegen den. Oder hast du irgendeine Störung? Hier ist doch irgendwo einer. Kaiser. Oh oh. Oh oh. Er hat mich auch schon gut getroffen. Gott, kill ihn. Los. Er hat Ärger gemacht. Das Gute ist, man sieht sich immer zweimal im Leben. Uh, der ist schon whitey whitey. Der sieht sich gut aus. Die nerven schon die ganze Zeit, Freunde. Aber ich glaube, es wird jetzt ein Ende geben. Und... Oh Gott, der hat ja wieder Blue-Schild. Ah, das war der andere. Geh down. Was will der denn jetzt? Der kommt, oder? Da ist er. Okay. Okay. Bot, geh mit drauf. Los. Uh, der hat schon mal gesessen. Das hat richtig weh getan. Und weg mit dir. Das hast du davon. Leg dich niemals mit Wannabe an. Da hinten ist noch einer. Was passiert hier? Der Bot ist tot. Und ein neuer Gegner steht vor der Türe. Komm schon, geh down. Oh, der ist tot, oder? Ey, wie kann der das überleben? Ey, diese Waffe ist einfach nicht normal. Ich werde sie so vermissen. Außer es kommen geilere Sachen rein. Dann werde ich dich nicht vermissen. Ey, wo ist der? Hallo, tschüss. Alter, was ist das für eine Runde? Zwölf Kills am Start. Ey, Maxi, Alter. Ohne dich ist das viel einfacher. Aber sagt ihm das nicht. Ja gut, es leben nicht mehr viele. Drei andere. Was baut der denn da? Wow. Tschüss, Alter. Okay, alles klar. Alles klar. Ich werde dieses Spiel nie wieder spielen. Habt ihr das gesehen? Der hat mir so ins Gesicht geballert. Ich glaube, in der nächsten Season kriege ich immer noch Schaden. Das war nur locker 180 Nimitz. Alter. Sorry, dass ich in der Runde mit drin bin. Wie soll ich die besiegen? Guckt euch das an. Der Typ, der baut den Propeller hoch. Das ist doch kein World Cup hier, Mann. Der andere schießt mit Raketenwerfer. Ich fühle mich hier nicht sicher. Naja. Bitte, schenkt mir doch einfach den Sieg. Ich will diese Challenge schaffen. Komm schon. Oh. Nicht gut. Nein. Ich habe es auch nicht geschafft. Nicht mal alleine. Ey, diese Challenge ist unmöglich, Leute. Versucht sie selber. Probiert das aus. Schreibt es in die Kommentare rein, ob ihr es geschafft habt. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und keine Ahnung. Vielleicht machen wir das nochmal in der neuen Season. Boah, ich glaube, die Kiste gibt es nicht mehr. Naja, egal. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Achso, und check natürlich Maxify ab.